OOOOH GAME DRAIN! Was möchte ich jetzt fragen die ganze Zeit? Genau, wie bist du hierhin gekommen? Ich bin von diesen Weg entlang gelaufen. Wo kann denn der Weg her? Soll ich auch nicht gekommen. Aus diesen Baum. Da gibt es auch noch andere Wege. Ich weiß auch überhaupt nicht, wo die Hilfe hinführen. Zu Puzzleteilen wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Zu einem zumindest. Zwk, 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 zwk. Weißt du wie ein Osteuropäischer Sprung heißt? Polisops! Deshalb hast du so verliebt diese Flasche angeschaut. Mit voller Glück und Freude! Stimmt Polisops drauf! Stimmt Polisops drauf! Ne, Polis. Polisops! Auf gehts! Jaaaaaaah, danke Oh Das So ja, dieses Glücksspiel, wir sind halt völlig aufgeschnitten Wir haben gar keine Alles klar? Wir haben gar nichts eingesammelt Wir haben nicht eine Fee befragt Ja, die Achso Vor allem sind das auch Zwar immer die gleichen Fragen, aber immer verschiedene Antworten In jedem Furcht Ja, die kann bis zu drei Namen, bis zu drei Hinweise geben Ja, okay, Glücksspiel Ja, Glücksspiel Macht euch ja was geschnitten Da kannst du auch nicht mal auf irgendwie Auf Erfahrung Jahrelange Erfahrung gehen, das ist einfach Glücksspiel Du kannst dann auch nicht sagen so Ja, das macht Sinn, dass es das oder das ist Weil es halt einfach Das musst du dir halt irgendwie rausgotteln Und wir haben uns diese Dinger gegeben und haben gesagt Ne, haben wir überhaupt keinen Bock Obwohl wir wussten, dass wir es brauchen Die Ratte irgendwas In ihrem Mantel Oder so Ich wollte mir den nix erstmal holen Das Leben Oh Super So Ja, das wird dann lustig Und tschüss Oh Clever Toll, mach dich Clever Das Spiel Das Spiel Hoffentlich Verlange ich Nicht Zu wenig Oh, ich weiß noch was Dass die eine Ratte und ihre Mantel versteckt Und eine Hakenhase ist Möchtest du es mal? Oh Ja Rattatatap Schnabelsprung Das ist doch eine Scheiße Ich hab das sicher aufgeraten Wir haben tatsächlich geraten Ich wusste es nicht Die anderen haben Ententanz gehalten Der sicher jedes Bild erkennt Mommo Mountain Wenn du kein ganz dummer bist Dann sag mir wo das hier ist Mommo Mountain Nein, das ist Freezy Peak Ja Das ist der Das ist der Der Schnabel Aber ich weiß Freezy 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 20 Jahre in der Luke gelebt Ja Vor allem halt aber nicht das Eisbären Symbol beim Freezy Peak genommen Also lieber Wo müssen wir überhaupt hin? Links? Rechts? Ja ist ja die Frage Was ist lieber? Was ist Ich weiß Diese Hexengesichter sind so instant death Oder Ne halt sind das diese Ah die sind diesen roten Schädel da Also wir wissen dass wir hierbei eine Frage beantworten müssen Bei dem Ding Ah richtig ich glaub die 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 Hexengesichter sind äh Frage über die Hexe beantworten Ja dann geben wir die auch zum Weg Ja aber wenn ich da hinten guck dann In welchem Hobby es ist Ich hab das Spiel in Eichenfutter Schlafen Eichenfutter Der hat nicht geschlafen Der hat noch nicht geschlafen Im Winter schläfst es Oh warum bin ich ausgebucht So eine Frechheit Oh Gott Ich werde jetzt auch mich dagegen entscheiden Oh dann Sache Hast du es dir erst erklärt Wie? Warum? Hä? Warum geht es jetzt nicht weiter? Ah ok Ne wüsste ich Achso du müsstest jetzt noch bestätigen Du kannst auswählen Ja ja Aha Ah Swamp Wie heißt der? Bubblegum Wubblegum 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 Wenn das Köpfchen zu sehr raucht Wenn das Köpfchen zu sehr raucht Wenn das Köpfchen zu sehr raucht Wenn man immer einen Joker braucht Wenn man immer einen Johnny raucht Und ein Skelette Und zwei Joker Und zwei Joker Und zwei Joker Zwei Joker Ja wir haben jetzt zwei Dbx Aber wenn Kleiner Wubblegum Ja mit A werde ich dann das Feld aus Mit x kann ich das Feld überspringen Soll ich uns das Leben holen? Nee Oh Snap 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 Ah Snap Das ist nicht gut Ja das ist nicht gut Ähh Treasure Trove Cove Ja von unten Treasure Trove Cove Das ist der Startpunkt Mhm Aber da rasieren wir eigentlich gerade oder? Aber irgendwie ja Ich habe es mir gar nicht mehr so leicht in der Hintergrund Ich habe gefühlt schon hier einen Nebenfall verloren Ja Aber wir sind eigentlich noch weit weg Und vielleicht ein Drittel Höchstens Ja ja Schaut doch Vor allem wenn wir jeden Joker mitnehmen wollen Orgel Und die Geisterhand Als Musikhand Das ist die Orgel Waschen 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 Das ist mir gar nichts Was ist das hier? Na Deine Hoffnung Will ich denn Und hier musst du kämpfen Aha Ja auf geht's Ja easy oder? Muss Ich brauche eine Hilfe Sekunde Kazooie Das fängt mit E an Ah steht doch an der Wand Steht doch an der Wand doch Ich dachte gerade Ich war nicht Ach E O O Z Danke Äh A K K kkkk kkkk kkk Oh J. N. Jetzt wusste ich, dass ich was da oben ist. Das hatte ich nämlich überall gesucht. N. 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 Ab. A.B. Wo ist denn A? Wo ist denn A? Ich habe noch 10 Sekunden. Uff. Gib Kind. Gib ihm. W.W.W.B.B.B.B. Dankeschön. Gut Spiel. Gut Kick. Kannst du da irgendwie über das Feld, kannst du dich mal das Feld angucken und wie es da weiter geht? Ja, oder? Du bist halt Hexe, aber was willst du denn machen? Ich will ja am liebsten, ich kann ja auch einen Joker benutzen. Ja guck mal, wenn du links umgehst brauchst du drei Mal Hexen. Was ist denn der Dings? Der Totenschädel. Der ist glaube ich, wenn du da die Frage falsch machen würdest, dann stirbst du. Mein ich. Deswegen hast du beim anderen ein Leben dazu. Sollen wir lieber rechts rum gehen? Ja, okay. Keine Ahnung, du musst doch nicht zweimal Hexen machen. Hexen ist halt völlig versagen. Ich habe halt keine Ahnung über das Hexe läuft. Mach lieber nochmal einen Endgegner. Äh, das war, warte. Das war nur noch 3x1 am Ende. Aber es war 2, 1, 3 oder was? 3, 2, 3, 1, 2. 3, 1, 2 war es. Boah, das war nicht einfach. Oha. Oh nein. Fasten müssen immer 2. Die Zeit ist bald vorbei. Okay. Das ist immer noch die gleiche rein. Sonst, die war doch hier und hier. Und dann warten. Hier und links. Das war es ja auch nicht. Vielleicht gerade nicht. Ich glaube der Kasumi war hier. Oh nein. Nein. Mehr. Oha. Das ist schon schwierig. Oh, den hat er nicht. Äh. Frag mich nicht. Komplett raus gerade. Hier ist der Benjo. Alles klar. Hier ist der Benjo. Und da ist der Benjo. So. Das ist der Kasui oben drüber oder? Äh. Was? Da drüber? Sicher? Nee. Oh Gott. Das war falsch. Ah, das ist die Fede. Kasui war nicht da. Und. Dixer. Und hier. Oha. Mal den knappes. Aber machbar auf jeden Fall. Nein. Was? Das ist ne äh. Mir hat's die Sprache verschl... Lagen. Okay. Jetzt weiß ich ja wo er es liegt. Oh nein. Ach das war richtig. Das haben wir mit dem goldenen Fehler gemacht. Achso. Na da musst du jetzt einfach nur Eier reinballern oder? Ja. 80 haben wir. 80 Eier. Schieß, schieß, schieß. Dauerfeuer. Ja. Das ist nicht Dauer. Immer nur 3 oder was? Ja. Ja. Ja dann dauert das ja auch ewig. Äh. Ja. Wollte ich gar nicht. Ich wollte mit der Kamera umschauen. Ja keine Ahnung. Ich bin mir halt nicht sicher ob er schießen schnell... äh schlagen schneller ist. Aber. Ich sehe auch nicht. Na schauen was passiert. War das gerade gebrochen? Ja. Es wird auch schön die ganze Zeit in einer Reihe stehen sein. Ah. Woll. Das geht dann doch noch zu viel. Irgendwann. Ja. Dann war das mit den Eiern doch zu nicht dumm. Ja, dann war das... Ich verliere hier schon Leben. Behalt ich die im Dings? Weiß nicht. Das ist ruhig Tatsache. Joker überspringen. Ich habe ja noch Leben. Was ist das? Ah, die Kröten-Dings war das. Ja, das habe ich aber hinbekommen beim letzten Mal. Das letzte war noch falsch. Ja, aber ist ja auch jedes Mal anders. Was? Ja, ist so einfach. Frecher ist die Kamera dabei zu drehen. Hallo. Hallo. Was? Du sagst, wie ich falsch bin, oder? Weiß nicht. Der? Oh, jetzt ist die dunkle Nummer der Helle. Gell? Hat sich jetzt auch gesagt. Jetzt will ich den ungenau treffen. Ich knapp doch mit den Zeiten. Junge, Junge. Minium. Ja, Polos erkennen wir noch. Jetzt machen sie wahrscheinlich die Muschel hinten oben. Ja genau. Captain Blabber, Captain Blada, Captain Blabber. Kannst du gar nicht wissen. Also. Das war, äh, educated guess. Da ist auch ein Totenkopf, ja. Ja, ich seh's. Und da ist auch, ähm, eine Hexe. Aber bei dem anderen sind es zwei Hexen und zwei Totenkopf. Aber den Totenkopf können wir mit einem Jocker ablegen. Ja, können wir machen. Und die Hexe auch, oder? Ähm. Oh, da. In einer Schatzkiste, ja. Ja. Boah. Na, war ja am Start-Step. Grün und blau. Ach. Musik bin auch gut. Ich eben vom Mikrofon hören will. Ja? Ah, das ist Martins Specialty. Wunderflügel. Wunderflügel. Da ist er doch, der, der Captain Bubbel. Blubbidi-Bubbel. Das braucht grad schon irgendwie 100% Konzentration. Für eine falsche Antwort wirst du dich schämen. Irgendeine Navabat nehmen. Aha. Aber ich glaub, du kannst einfach da direkt wieder alles durchlaufen, wenn du gestorben bist. Ne, das macht ja gar kein Sinn. Ja. Kommen wir nicht drum rum, oder machen wir's? Ich hab dann, wir haben dann drei Bilder, die wir gucken können. Eine Melodie und eine komische Frage. Das kriegen wir doch bis zum Nebenden Daumen hin, oder? Ja, schon denk ich. Und dann kommen drei Totenköpfe hintereinander. Ja, okay. Hier kommt uns zwei. Zwei und eine Hexe mehr. Und das ist halt ein Hexenbild mehr. Ja, aber da ist auch noch ein Totenkopf auf dem Weg. Ja, dann lass rechts rumgehen, oder? Das ist halt vollkommen egal. Und nochmal ein Hexending. Ah ne, das kriegen wir von der Seite auch. Ja, dann mach halt. Wie viel Zeit hab ich noch? Aber wir haben schon über 15. Ja, dann mach ich das nächste noch und dann kannst du... Aus dem Bayern... Oh, wagen jetzt noch die Luft. Luft. B-Bolzen. Ein Bolzen. Ich hab gedacht, es war eine Schraube. Ja, hab ich auch gedacht. Gut, ähm, dann ähm... Geht's hier heiß her in dieser Quizrunde. Wir kommen gut durch. Also, das hab ich nicht gedacht. Ja, zu viel quatschen hatten mir die Luft gefehlt. Die Gedankenkraft. Ja, ich mein, man muss halt auch überlegen was drin. Da sind ja alle gespannt und raten mich. Also, ich glaub, da kann man auch nicht mehr reden. Dann machen wir ja eine Pause. Dann sehen wir uns gleich wieder.